So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Tja, würden wir sagen, let's go. Let's go. Ich bin gespannt, ob das wieder eine lange Reise wird oder eine kurze, ich nehme mal an. Wir kennen ja den Sticker schon, das ist ein kurzes Weg. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, sowieso Gegner, hallo. Wir haben da auch gehabt so eine Zwielichtmission, ja, das wäre es jetzt, etc. Auf das geht ich schon irgendwie am Bock, an Zara hätte ich schon drin gehabt, aber kann man aber leider noch nicht machen, weil wir die eine oder andere Mission noch nicht haben, aber ja. Ist halt so. Würde sagen, dann tun wir halt die eine oder andere Dinge. Alter, bist du jemand? Kost mehr als wenn du das eine hast, du. Uiuiuiuiuiui. Ja, tut sich halt nicht wicke, was, aber wir, ja, wir probieren es. Oder nein, Ausrüstungs-Drop-Rad. Ja, 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 okay, pass, ja, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Na ja, dann taucht es mir da. Ach so, nein, ist ja doch, nein, tut sich da nichts. Ist ja wurscht. Ah, ist ja, ist ja nicht so schlimm. Man hat auch gehabt vielleicht, dass man da, wenn man da ein bisschen kombinieren, dies, es, etc., dass das vielleicht ein bisschen leihunder wird. Hm, ja, 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 ufff. Passt. Ja, ja, dann, ja, lassen wir es einfach gut sein. Na gut, na gut, na gut, was machen wir, nehmen wir sich gleich mal irgendeinen mit, einen 64er nehmen wir sich. Ja, also, ja, voll die Bäche, die Drecksbecherbombe auch wieder, super. Beginnt ja jetzt schon gut. Haben wir da auch gehabt, durchdurch, dass wir da ein paar Opfer, also schauen wir da ganz kurz. Okay, okay, ja, da haben wir wieder was. Da haben wir wieder was. Ja, nicht das. So müssen wir das machen. 45er. Mhm, mhm, passt, alles Opfer, let's go. Allein schon, da haben wir wieder die Amerita am Start bis deppert. Ja, da lasse ich lieber die, ja, die 90, die 90, voll immer gleich viel besser. Dann lasse ich das gleich mal so. Allein 40, ja, dann lasse ich die in 44er lieber auch mal in Ruhe, man kann ja nicht wissen. Aber auch schon die Kosten, bis dein auch ist. Ja, dann machen wir das so. Da, ja, gibt es eh nichts Besseres. Und ja, das lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Elixier, ja, Elixier kann man nicht gut gebrauchen. Passt. Wie schauen wir das? Oh, 245. Nicht schlecht. Blitz-Amulett. Oder Amulett? Ja, Amulett. Ja, ja, wieso nicht, wieso nicht. Müsste ich dann aber auch ein bisschen einsetzen, was? Also wenn wir da wirklich dann in Kampf sind, aber wir haben da so viele verschiedene Sachen bis dahin. Okay, zwei Schwerterstil, auch wieder zwei Schwerter. Ja, also wurscht. Nehmen wir die halt. Servus, Digi, servus. Bist du ein Logo-Computer, du Huren? Ja, schauen wir sie mal durch. Bin gespannt. Bin gespannt. Also wir könnten jetzt einmal so gehen, in die Richtung, aber auch in die... Ja, ich... Ja, nehmen wir einfach jetzt einmal den Weg. Nehmen wir einfach mal den Weg. Ach, das ist jetzt schon ein großer, super. Oder? Die Sachen mache ich, oder? Irgendwann können wir ja Geld. Perfekt. Oh, die Zähne, die ist das. Äh, wieso kämpfen die? Was habe ich gemacht? Wart, 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 warte, 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 lasse, lasse machen, lasse machen, lasse machen. Uh, schön abgeführt. Guck, niemand vom Hinter, Alter. Niemand vom Hinter, Alter, es gibt's ja nicht. Braucht eine Ewigkeit. Aber ist ja wurscht. Ich schau noch hin und wieder, ob vielleicht der Donate noch irgendwer die gleiche Waffen hat wie ich. Dann kann man schön mehr machen. Ja, okay, da kann ich jetzt wieder runtergehen. Ich bleib jetzt mal dabei. Ich bleib jetzt mal bei dem Wegerl. Mal schauen, was wir da noch so alles finden werden. Aber ich glaub, so viel gibt's eh nicht zum Finden. Ich glaub, das wird sowieso, das wird wieder so ein kleines Wegerl sein. Was dann wieder... Ja, schau, wir werden eh schon wieder... Ja, das ist wieder so ein kleines Wegerl. Dann haben wir wieder einen kleinen, größeren Boss. Den machen wir dann wieder rein. Und dann tschüss, Papalle. Und dann gehen wir schon zum nächsten. Zum nächsten Gebiet, Alter. Ich bin schon gespannt. Ach, das große Hurensvieh, Alter. Wo haben wir denn was? Irgendeiner hat ja schon herumgeschossen. Von wo an? Äh, S-Sirischer Kopf! Das ist ein Kopf, Alter! Der Kopf, meine appearing, ich bin ein Kopf, Alter. Dann will du sie hin nesse, Alter. Du. Wasああ wenn, dann steh ich die Pecher aus? A administrate das Turm? Ach du! Ach du! Naarr! Nicht schlecht. das war halt so arsch. Das war jetzt ganz Arsch. Gleich von hinten, gleich von hinten, Alter. Perfekt. Komm schon, Mach. Alter. Unnädig. Unnädig, dass die mich jetzt noch erwischt hat. Richtig schön unnädig. Machen wir das auch noch gleich dazu. Sehen können halt nach, nur damit wir da wieder alle haben, oder wie? Schaut so aus. Schaut so aus. Ja, ich gehe immer halt ein bisschen so in nicht ganz genau in die Richtung. Scheiße. Nicht schon wieder die Huren-Schlangen, Alter. Ich hasse diese Dreckschlangen, Alter. So sehr. Huch. So knapp. Das war jetzt ein bisschen knapp, ne? Ach du Scheiße. Bam. Brudi. Brudi, Hilfe, Alter. Brudi. Na, 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 na. Na, Alter. Ah, wie ich diese Futhouse, Alter. Bist du, Alter. Machen wir mal hier, ha? Machen wir mal hier, da. Gibt's ja nicht. Was bist denn du für ein Habschi, Alter? Gib' ihm, Alter. Gib' ihm. Ähm. Okay. Okay, Flamme an. Amoing. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na, bist du, Narisch. Schwere Geburt mal wieder. Einmal nur so eine Dreckschlange und dann schon wieder alles vergessen. Bin wie wie ein richtiger Anfänger dann. Ja, bin ich ja sowieso, aber trotzdem. Wenn ich nicht irgendwen dabei hätte, vergiss. Aber hin und wieder, man hat's wenigstens schon gemerkt gehabt, das war nicht so geil, dass man sich über sich hinauswächst und dann vielleicht den einen oder anderen so richtig schön neue macht. Und das lieb ich so an den Games. Antenen. Auf die, also wie die Art aufgebaut ist, was die, mit ganzer Outdoor-Leiste und alles drum und dran. Dark Souls, Sekiro, Nio, alles drum und dran. Kann man so richtig schön über sich hinauswachsen. Das finde ich so Bombe. Ich nehme mal an, der übt einer. Wie denke ich? Ah, okay. Ich hätte sogar eigentlich schon fast behauptet, dass jetzt nur irgend so ein kleiner dabei ist. Aber schaut gar nicht mal so danach raus. Ich gehe aber trotzdem noch herum. Nein, okay. Nein, nein. Ich sehe nichts. Passt. Hoppala. Hui. Kann nochmal passieren. Ah, da war noch was. Perfekt. Ja, hauptsache Teile und alles drum und dran. Könnt sein, dass das das Wegerl ist. Könnt das schon möglich sein. Oh, komm mal her da. Komm mal her da. Hm, das ist warsch. Richtig schön trocken, bist du nahe nicht. Na komm, Bulli. Na komm. Wo ist das, Alter? Der schießt schon auch noch herum. So weit. Das gefällt mir schon so sehr. Wenn ich das schon versiegehe, oder? Ui, 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 schießt, schießt. Nein, 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 Bulli. Sicher nicht, Alter. Sicher nicht. Wo ist der Huhn, sagen? Der hat uns gesehen gehabt, gell? Das ist der Wichser von da oben. Ja, safe. Der schießt eh schon. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der wieder zielt, der Huhn. Einfach instant zielen. Ganze Zeit auf uns. Auch so ein Huhn. Das war jetzt noch nötig, oder was? Sex. Hum. Baaah, aber der ist schon von hinten, aber wirklich schön. Bis dappert. Wirklich schön mehr gemacht von ihm. Mh, mh, gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Die KI wird ja schon ein bisschen schlauer, Wahnsinn. Hätt ich mir noch ertacht. Bis dappert. Dauerlos. Ah, das war das Fleck, wo wir den einen heimgeraht haben. Ah, gehen wir da noch kurz rauf, da schauen wir noch ganz kurz. Ah, da sind wir eh schon herumgegangen, genau. Gehen wir da noch herum, da haben wir auch noch was. Und dann müssen wir eh schon das eine Fleckerl da durch, damit wir da sie durchkämpfen. Ich bin gespannt, was wir da dann wieder für den Boss heute haben. Gut zu wissen, gut zu wissen. Gehen wir mit dem Säckl. Aber wohnen muss ich. Warte, komm mit da. Ja, 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 komm her. Ja, machen wir mal her, sonst wird das nichts. Ich heile mich, glaube ich mal, ja. Okay, wir können nicht mehr so schlecht. Oh, weiss. Verschreit. Heilung, Heilung, Heilung. Definitiv Heilung. Ah, der ist hier, oder? Gar nicht gut. Ja, doppelte Heilung war jetzt nicht nötig. Hm, sehr gut, sehr gut, die ist sehr gut. Ja, das war aber nicht schwer. Das war ja nicht schwer. Das war ja ein Kinderspiel, oder? Das war ja ein Kinderspielplatz da. Das ist ein Wahnsinn. Das war ja keine Herausforderung. Und beim nächsten Mal, wenn ich da wieder eine nächste Aufgabe-Session mache. Puh, das geht nicht, das geht nicht. Ja, das ist halt immer wieder die Frage, halt. Kommt immer wieder drauf an, wie du plötzlich spielst, weißt. Manchmal bist du wieder gut dran, dann wieder schlechter, dann passt einmal ja eine Stunde, dann passt einmal fünf Stunden für den gleichen Gegner. Kann einmal passieren, weißt du, oder gar nicht einmal zehn Minuten, wer weiß. Aber, das Flecker gefällt mir. Nicht einmal gesagt, hab, okay, dadurch, dass wir, oh, da haben wir definitiv zu wenig Becher. Ach, ja, ich sehe da schon einmal, dass da ein paar gestorben sind, interessant. Aber, weißt, wir kriegen da ein paar Becher aus, halt. Deshalb kämpfe ich jetzt noch schnell mehr, die haben. Weil, oh, Alter, das war aber jetzt fies. Wenn ich nicht weiß, was da jetzt dann vielleicht für einen Gegner noch auftaucht, kann ich nicht wissen. Vielleicht kriegen wir auch was Gutes. Alter, Digi, wir haben die gleiche Waffe, Brudi. Die gleiche Waffe. Wo kommst du denn nicht bei mir, ha? Ein Biesel vielleicht, aber sonst nicht. Du scheiß Huren, Alter, heil dich nicht. Komm, ja, Alter, komm. Heilt sich einfach, dieser scheiß Hurensohn. Und dann schießt er noch herum, der Wichser. Schießt er noch herum. Ja, weil es anders nicht kann. Ja, jetzt hat er natürlich meine Ausdauer erkannt. Das ist schon schwach, Ries. Scheiß Hurensohn. Oh, lieb. Lieb, voll lieb. Was, Alter, boi. Positiv, lag mir am Arsch. Wie viel haben wir jetzt? Okay, bitte, jetzt haben wir noch immer noch... Okay, bitte, ich geh da jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Oh. What, 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 what? Oh, shit, das war knapp, das war knapp. Das war urknapp, Bistepard. Okay, okay, hab's schon kapiert, hab's schon kapiert, wird er da einfach hören. Oh, sieh es. Ach, wieso muss der schießen? Wieso muss der herumschießen? Hm, ja, 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 gefällt mir, gefällt mir mal. Oh, lieb. Boah, ich lieb. Ja, ich sammle auf dem Weg, gell? Tope dir aus, Digi, tope dir aus. Ah, ich muss sogar auswächen. Ach, du Scheiße. Geht doch, geht doch, geht doch, geh weg von mir, vielleicht, oder? Oh, okay, ist doch schlimm, scheiße. Oh, komm, 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 komm. Oh es kann ich dich drauf uhrmal gesternasen kommen. Oh immerhin, immerhin... Naa na na Now...! Okay, das wird eh klar dass dir nichts passiert... Huwrens Nuntenoäler! Waaah, wie die Drecks... Schei... Waaah! Ich verfluche diese Dreckschlange! Ich hasse das so sehr, das ist ein Wahnsinn! Ich kann es überhaupt nicht leihen. Aber am Lagerstand, okay? Machen wir mal das. Machen wir mal das. Auf ganz gechillt. Zeig, zeig. Fertig. Na, scheiß drauf. Machen wir mal Besucher, machen wir mal Besucher. Eins, zwei, na, na. Geht, geht, geht in Ordnung, geht klar. Wir können zwar trotzdem dann für alle Fälle irgendeinen mitnehmen, falls wir dann dort fuhren, dann kann man finden was. Aber jetzt gehen wir mal dorthin. Normalerweise finden wir eh gleich irgendeinen Wichser. Ach... Das wär's, Alter. Gleich eine neue Kiste wär's. Bistnarisch. Ja, schön. Okay, außerhalb kann man sich jetzt nicht umschauen. Ja, na, schau immerhin einmal was Neues. Ein Becher, Kübisflaschen... Ja... 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 Geht. Geht, hab schon besser ausgesehen. Ja. Ja... 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 Ja, ich sehe jetzt die... Geht, ich sehe jetzt. Das ist super! Das tut weh. Das tut weh, Alter. Das tut weh. Das tut weh, Alter. Das tut weh, Alter. Das ist ja nicht normal. Einmal eine gescheite Erwischung. Tschüss, Papalian. Können wir schon vergessen. Jawoll, das ist ja der eine Weg gewesen, wo ich gesagt hab, nein, ich geh jetzt einfach mal hier rauf und dann mal hier runter. Ach Gott.